Sieht man sich all die vor uns liegenden Herausforderungen an, kann einem schon echt mulmig werden. Wir haben Riesenprobleme, die wir zu bewältigen haben und demonstrieren alleine bringt auch nichts. Wir brauchen echte Macher, Gestalter, die diese Herausforderungen lösungsorientiert angehen. Das sind Social Entrepreneure, Sozialunternehmer der neuen Generation und genau für die haben wir das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland gegründet. Ja, manchmal brauchen die da oben für ihre Entscheidungen ein bisschen länger. Können vielleicht der rasanten Veränderung gerade nicht unbedingt so folgen. Eine internationale Studie hat ermittelt, dass wir unter den 45 wirtschaftlich stärksten Nationen gerade mal auf Platz 34 beim Punkt Unterstützung der Politik für Sozialunternehmer landen. Zwischen Griechenland und Mexiko. Ich glaube, wir müssen hier einen anderen Anspruch haben. Das müssen wir verändern. Schon jetzt haben wir viele tolle Mitglieder, die aus Social Entrepreneurs wichtige Themen anstoßen. Ich selbst habe TBD gegründet und kenne die Szene richtig gut. Mit CENT haben wir jetzt endlich eine gemeinsame Stimme, mit der wir uns auch an die Politik richten können. CENT ist eine sehr gute Organisationsform, um Politik, Wirtschaft an einen Tisch zu bekommen und die Notwendigkeit sozialer Innovation noch viel mehr zu verdeutlichen. Und deswegen glaube ich, dass CENT auf einem sehr guten Weg ist und ich unterstütze diese Maßnahme von ganzem Herzen. Menschen zu treffen und Netzwerken ist ganz, ganz wichtig, um deinen Social Entrepreneurship weiterzubringen. Und ich glaube, CENT erleichtert das. Er bringt die Sozialunternehmer zusammen in eine Plattform und sowas fehlt immer noch in Deutschland. Und ich glaube, jeder Social Entrepreneur braucht das. Jeder einzelne Sozialunternehmer ist total eingebunden in sein eigenes kleines Business und hat viel zu tun und kämpft dafür, die Welt besser zu machen, Tag für Tag. Und CENT kämpft dafür, uns alle gemeinsam weiterzubringen. Und deshalb ist es unterstützenswert. Sozialunternehmer nutzen den Fortschritt, um den Mehrwert bei den Menschen ankommen zu lassen. Sie lösen unsere gesellschaftlichen Herausforderungen. Das sind Vordenker und Macher. Wir haben es verdient und die folgenden Generationen noch viel mehr. Werde Teil unserer Bewegung, werde Teil von CENT und unterstütze jetzt unsere Kampagne. Kampagne.